Hier, genau hier, sind ich und Rumi. Am zweiten Tag sind wir hierher gelaufen, also von der Klinik bis dahinten nach Gottelau. Das war ein Samstag, da hat der Rumi mich Huckepacke genommen. Der steht dahinten, falls Sie ihn sehen können. Und jetzt laufen wir wieder zur Klinik. Heute ist ein schöner Tag, schönes Wetter, richtig warm, richtig heiß. Hallo Bumi. Hallo mein kleines süßes Mäuschen. Die Dame, die hier filmt, ist die schönste Maus, die ich zum ersten Mal auf der Station 9A am 4.10.2019 gesehen habe. Und ich werde, wir werden euch heute diese Liebesgeschichte filmen und aufzeichnen. Soll ich Stopp drücken? Ja.